hallo und wunderschönen morgen aus kiel das hier ist das ladegerät für aa und akkus der kraft max 4000 bc pro ich hatte das gerät schon mal in einer folge der fotophonie vorgestellt und euch empfohlen ich besitze inzwischen drei davon also zuerst habe ich mir mal zwei gekauft und jetzt kürzlich eben gestern also das dritte ich kann es auch mal ausgepackt zeigen und sieht das so aus hier mal sehen da sind die schnittstellen da ist einmal usb und 12 volt eingang das bedeutet man braucht natürlich jetzt ein steckernetzteil um das ladegerät an sich mit strom zu versorgen aber ihr könnt dann über den usb port nicht nur akkus laden hier in den schächten sondern über den usb port eben auch euer iphone ipad oder sonstiges gerät das unterwegs geladen werden muss zusatz akkus power banks was auch immer können über diesen usb port geladen werden aber das ist nicht das tolle warum ich so begeistert bin von diesem gerät ich bin deswegen so begeistert weil das gerät über einzelschacht überwachung verfügt jeder dieser schichte hier ist einzeln programmierbar und zwar über die mode taste da kann man einstellen ob die akkus nur geladen werden sollen ob sie entladen und dann geladen werden sollen ob sie mehrfach end und wieder geladen werden sollen und ob darüber sozusagen buch geführt werden soll also ob ihr am ende einen report bekommen möchtet dann gibt es hier noch die taste also ladestrom stärke mit der kann man beeinflussen wie schnell die ladung passiert das tolle an dem gerät ist es ist super flach zum mitnehmen in der tasche deswegen mag ich das sehr sehr gerne weil ich sonst ist leicht eben dünnes reisegepäck bevorzugen ich kann vier akkus auf einmal rein machen und dann bei allen vier akkus einmal sagen was ich haben will oder eben ich habe verschiedenartige akkus drin und kann dann eben über diese direktball tasten den einzelnen akku typen die hier drin sind sagen was mit ihnen passieren soll das nur mal als schneller tipp hier für euch der kraft max bc 4000 pro ein schnellladegerät kostet auf amazon zurzeit 39 euro pro stück aber das ist eine gute investition